Hallo Leute und willkommen zu Let's Play is Origin! Es geht wieder weiter und das letzte Mal haben wir uns ertränkt und dann nochmal ertränkt. Jetzt haben wir den Bolt Zeugsel. Da BÄM! Der angenehmen Schaden macht. Das andere Teil gefällt mir einfach, weil man es immer benutzen kann. Da hol ich mir lieber mal die Luft. Die Frage ist einfach, dass man kann Wände kaputt machen, aber was für Wände? Ich weiß nicht, ob man die Wände kaputt machen kann oder nicht. Okay, da bin ich jetzt extrem gut da durchgelaufen. Jetzt kannst du zu mir kommen. Und theoretisch müsste ich dir jetzt Schaden machen. Okay gut, und die haben sehr wenig Leben. Also die sind sozusagen One-Shot. Und die geben sogar Luft. Okay. Probleme gelöst. Also kommt Gegner. Dass er so weit nach oben geht, finde ich auch noch genial. Oh, wir sind so... ...so schnell. Äh, irgendwo habe ich noch einen... ...übersehen. Noch einen übersehen. Einen roten, meine ich das mal. Da. Ups. Leider geht der Schuss nur nach oben und nicht nach unten noch. Aber man sollte ja nicht zu viel verlangen. Hast du noch einen? Das soll irgendwo ganz rechts sein. Oder hier oder oben wieder rein. Das macht extrem viel Schaden an denen. Das macht 100 Schaden. Vielleicht deswegen macht er so... Ja, wahrscheinlich überhaupt nichts... ...verteidigungmässig, außer dass... ...also... ...bald der Schaden durchkommt, kommt er durch. No matter what. In Frage ist es einfach... ...das Teilchen da. Dann ist mir das irgendwas... ...noch. Oder ist es jetzt einfach nur ein Item, das... ...einmal gebraucht wurde. Theoretisch hat man das dort ja gut gesehen. Wo es da was gab. Was problematisch werden könnte, ist, dass ich so langsam runtergehe. Ups, ein falscher Knopf. Hm. Na ja. Ah. So viel zu dem Timo, hm. Das macht dem eben nicht so viel Schaden, wie den anderen zwei. Also den anderen. Luft, Luft, Luft. Und das haben wir hier. Das war da schon wieder. Maximum Leben. Ah. Mal in die Luft. Mal in die Luft. Mal in die Luft. Komm, Plattform. Komm, Plattform. Komm, Plattform. Äh. Gut, das hab ich getroffen. Nein, hab ich nicht. Das hab ich aber getroffen. Ich hab echt aufgeblockt. Okay, wenn ich das Teil noch gut zeigen kann, dann ist das genial. Ups. Hm. Okay, so funktioniert das nicht. Ist wirklich so. Ich muss es machen. Während ich es mache, muss Schaden erleiden. Was ist es, wenn es so rutschig ist. Ich hab schon ganz einen Bosskampf gehabt, der das machte. Okay. Okay. Wim. Okay. 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 Ich hab ein paar Upgrades. Oh, da geht's weiter. Oh. Ja, gut. Aha. Er ist ja ruhig zu sein. Ja, ja, das kennen wir ja schon. Ich hab ein Topos gekriegt, das heißt, ich konnte das Teil auch noch aufladen. Yay. Ich sollte das Nein-Geschenk aufzudieren. Ich wusste, du bist sehr süß und ich kann nicht Nein sagen im Gesicht. Wait, das sah gerade viel zu stark aus. Okay, sag mal ehrlich, ob es mich erinnert. Okay, ich sag's Final Fantasy. Ich hab bereit, dass das eigentlich gar keinen Schaden macht. Jetzt müssten Dom Bolt wieder so ein Heilungsteil sein und den Boss-Kampf folgen. Das war zu früh. Egal. Ich kann auch dort ja wieder hochhealen. Das sieht überhaupt nicht nach Boss-Kampf aus. Nein, nein. Ich komm schon einiges mal. 1.900, ich glaub ich brauche 2.000. Wenn ich richtig bin. Oh. Ja, 2.000 wäre es aber sonst. So. Jetzt hab ich gerade meine Schuhe upgradet. Ist das jetzt noch mehr zur Verteidigung oder? Wenn ich uns so angeschaut. Und einfach plus 1, wow. Aber plus 1 kann mein Leben retten. Ich weiss das. Und hier haben wir noch im Boss-Kampf. Dann haben wir schon... Ja gut, fangen wir hin an. Ah. Ich hab auch einen Schlüssel. Also suchen wir mal einen Schlüssel. Wo könnte ich einen Schlüssel verpasst haben? Ich will eigentlich in eure Geraden nicht kämpfen. Kann ich hier rein springen? Nein. Ich hab das Gefühl, dass es hier rechts noch was gibt. Das war für mich so... Okay, genau. Da war ja das... ...Tieren. Hm. Wo bin ich irgendwo ab? Hab ich eine Gruppe gemacht? Ist jetzt sonst irgendwo unter Wasser sein? Oder geht das hier unten rein? Nö. Hm. ... Loll, das Zeichen besiegt ja auch alleine. Boom. Oh. Ich hab's nicht aufgelaufen gehabt. Also irgendwo hier. Okay, mach das noch kurz und dann ist fertig. So. 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 So.